So, da bin ich wieder zurück. Der Postbot hatte geklingelt und hat mir eine große Kiste gebracht aus Sinskonzen. Ich vermute meine neuen Matchbox. Ich habe etwas Feines bestellt. Ja, soviel dazu, das findet ihr dann auch auf meiner Ebay-Seite einfach. Lasst euch überraschen. So, Gordon Pye Ward in der Base. Pat Connuchton von den Milwaukee Pucks. Da finde ich die Farben auch wieder sehr harmonisch hier in der Karte. Karel Pope. Anthony Davis. Christian Koloko. Rudy Gobert. Uh, sehr nice. Was für die PC. Nikola Jovic. Oh fuck. Entschuldigung, Leute. Ich muss noch gleich was trinken. Oshai Agapaji. Sorry, ich kann es nicht aussprechen. Agpaji. Jetzt. Und dann sitze ich auch gleich bei dem nächsten Tag. Es knistert. Es knistert. Es ist offen. Ich bin mal gespannt, ob wir noch eine Blue Explosion drin haben. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich nur eine Blue Explosion ist oder noch was anderes da mit dem Monk. Ja, sonst überraschen. Patton Poochard. Und der Base. Isaiah Löwers. Christian Wood. Brandon Boston Junior. Djukaz Walkancionic. Cary Patton. Auch wieder ein Ausgeweis-Senter-Bund aus dem Studio. Walker Kessler. Hm, nice. Und die Arriving Now von, kenne ich mal die Schuhe, Dan, Dänemark? Nein, Quatsch. Peyton Watson. Nennen wir Nuggets. Geht hier rüber. Nächste Pack. Mark Cannon. Washington, New York. Brian Horlitz. Darren Fox. Chris Tapps for Singles. Russell Westbrook. Anthony Davis. Hatten wir den schon? Ich weiß gar nicht. Dyson Daniels. Oh, nice, in der Rookie. Das ist cool. Schönes Ding. Und? Egan Rue. And they are arriving now. Quentin Grimes. Trey Young. Oh, auch schön. Scotty Barnes. Eine auch meiner Lieblinge, sag ich mal. PJ Tucker. Mo Bamba. Keegan Mulway. Terrorism. Und die Purple von J. Rue Holiday. Giorgio. Oh, Grant Williams. Schöne Karte mit dem grünen Licht hier hinten. Den Rahmen. Super getroffen. Darius Garland. Darius Garland. Jason Tate. Jamil Murray. Das werde ich ein bisschen schneller. Luke und Stuart. Jabari Smith in der Rookie. Darius Garland. Darius Garland. Darius Garland. Darius Garland. Und jetzt kanns jetzt hier ein wenig völlern. Darius Garland. Es ist schon ein Value, was man hier erst mal hat. Jalen Greene, Aaron Wiggins, Jalen Willems und Ja Morant. Ich habe darauf gewartet, der hat nämlich noch geführt. Seychle Wein. Nehmen wir auch noch mit. Nehmen wir alles mit. Okay, nächstes Pack. Derrick Rose. John Collins, Max Truss, Herbert Jones, John Powell, Bryce McGowans und Luca Doncic. Skyview wahrscheinlich wieder von Nikolaj Jokic. Lanzo Ball, Matthias Taibo, Luke Kennard, Senti Aldama, Malek Bisley, Shane Sharp und der Rookie. Wow. James Julius Alexander. James Harden in der Skyview. Fred Frank-Feed. James Burnite. David Mitchell. Robert Covington. Robert Ingram. Brandon Ingram. Aber ich glaube, ich habe irgendeine Hulung auf Blitze gesehen. Kenneth Lofton. Bryce O'Neill. Das ist ein Greetings oder was ist das? Ja. Jeremy Sochen. Uki Gültings. Also ein bisschen Silber Gold voll. Hulung. Keine Ahnung. Miles Turner. Ben Simmons. Wir sind noch im Fokus weiter. Danny Green. Jared Farid. Joe Whiskamp. Sehr lustig. So ist eine leere. E.J. Liddell. Von dem habe ich auch ein Auto. Dwayne Ward. Und die Purple von Andrew Manford. Die Rookie Purple sogar. Leute, das ist unser letztes Pack. Da muss auch eine Unterschrift von Steven Curry drin sein. Oder von Peyton. Na ja. Wir starten mit Lamello Ball. Wir kommen schon mal gut rein. Bobby Portz. Derrick White. Doug McDermott. Karl Kuzuma. Hier unsere Rookie. Von Jett Holmgren. Ja. Den wollte man auch haben. Finde ich gut. Neh mich mit. Und wahrscheinlich unser letzte Purple dahinter. Es ist Dramat Green erstmal. Ja. Purple. Die ist auf dem Kopf. Natürlich. Paul George. Okay Leute. Das war's. Was meint ihr? Gutes Pack? Passt schon. Schreibt es in die Comments. Bis zum nächsten Mal.